so naja mal schauen kann ja nur besser werden, schlechter geht es ja kaum noch Ui, wir gehen mal in Führung oh god oh god Ich schreck mich doch nicht immer so. Ich bin nicht alle von euch von der Linse. Ja, Hilfe. Ach man, da kommt ein Gegner, der auf der Treppe runterkommt, der Floresk kommt. Oh ja, hör die. Ah, vergab. Das klappt nur anders, das klappt nur gegen dich. Gegen dich reichen dann auch 50 Meter. Ah ja, Kaviar. Noch fünf Minuten. Oh ja. Ich schrale." Das war's. Das war's für heute. Scheiße. Na, verdammt. Ja, verdammt, verdammt. Habe ich da gemerkt. Ich spiele jetzt auch mit Schrott, finde ich gerade. Ja, das bin ich gerade, die hier rumrennt. Die macht Laune mit Schrottwinter, muss ich sagen, gerade. Das ist so ein halbautomatisch, halbautomatisch. Ah, verdammt. Wir haben ein paar Kills mitgemacht. Ah, verdammt, in der Tür sitzt der. Der steht da, eine grüne Tür. Und zwar Incent steht der, die ganze Zeit steht der. Gut. Nur noch eine Minute. Scheiße, weggemessert von der Cabera. Viel zu spät geschnitten, wo die war. Ich glaube, die nächste. Nur noch 15 Sekunden. Halter, 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 schon wieder so eine Runde. Ja. Aber das merkst du schon an den Namen, was für Leute da wieder online sind. Das sind fast nur Araber. Das sind auch irgendwelche Hardcore-Leute. Aber da sollte die Teile unterschätzen. Ja. ç Bis zum nächsten Mal.